Kuckuck. Oh, ich sehe aus, ich komme aus dem Sturm hier. Draußen ist schönes Wetter und wir haben uns gedacht, uns ist langweilig. Gehen wir doch einfach mal ein Abendessen einkaufen. Und dieses Abendessen stellen wir euch in den nächsten 12 bis 13 Minuten vor. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wollte mal anders anfangen als sonst. Hallöle. Ja, nur als Tipp, wenn die Martha sagt, wir kaufen ein bisschen, nee nicht ein bisschen Essen, wir kaufen für das Abendessen ein paar, ein Essen. Dann geht nicht mit der Martha mit. So, doch, das ist das hier. 100 Euro, ne? Ja, 100 Euro einfach weg, ne? So, Snacks, ja. Für den Ellusch eine Brezel und für mich eine, keine Ahnung, eine Quarktasche. Quarktasche. Ja, und die können wir uns teilen. So, hier unten steht übrigens Leonie, die könnt ihr noch nicht sehen. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, süß. So, wir haben Bio-Eier mitgenommen. Ich bin ja jetzt so auf dem Trip. Ich gucke immer nach dem Kilopreis. Habe ich euch ja schon mal schon gesagt? Ja, das langweilt euch ab. Ich habe es der Martha heute auch schon ein paar Mal gesagt. Warum sollen wir die Erdbeeren da nehmen? Dann nehmen wir lieber die da. Die kosten 40 Cent weniger, wenn man den Kilopreis umrechnet. So, apropos Einkäufer des Jahres. Pizza Zungen für 77 Cent als Stück. Dann Käse. Haben wir mitgenommen. Pizzakäse. Ich weiß nicht, was die Martha hier für bezahlen wollte. Aber da stand kein Preis. 21,20 Euro. Da stand kein Preis. Das ist super. Wer kann sich noch an letzte Woche erinnern mit der tollen Milch. 1,29 Euro, 20 oder 40 Euro. Diesmal haben wir die App nicht vergessen abzuscannen. Das hat uns letzte Woche allerdings auch nichts gebracht, weil die Martha zwar die falsche Milch war, aber da war Kaufland schuld. Ihr wisst noch. So, also wir nehmen einfach mal diesen Käse. Wir wissen nicht, was er kostet. Aber wir nehmen einfach mit. Demnächst gehen wir ins Autohaus, kaufen wir einen Porsche. Wir wissen ja nicht, was er kostet. So, Porridge. Hier, Porridge. 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 Und Leonie möchte schon gucken, was hier drin ist. 1,79 Euro. Da macht diese, da macht diese, da macht die Martha immer diese Ramen-Nudeln heißen die, gell? Die isst Leonie mit Stäbchen. So, Vorsicht Leute, dass ihr euch nichts ins Gesicht spritzt. Hier ist ein Loch. Die Martha hat ein Loch gemacht. Aber ich werde heute Abend Erdbeeren essen und da werde ich mir diesen Joghurt drüber machen. So, Schlagsahne. Mama wollte eigentlich helfen. Leonie, kommst du runter? Willst du dem Papi helfen? Schlagsahne haben wir mitgenommen, weil, ach so, das Eis habe ich noch nicht gezeigt. Dieses Eis ist wie verschiedene andere Sachen auch diese Woche in der Kaufland-App günstiger zu... Lecker. Genau, ich konnte es nicht besser sagen. Ich mach es mal einher. 1,29 Euro, diese Ebel-Salami. Und dann brauchen wir, weil die Martha wollte ja eigentlich letzte Woche schon, äh, Laugenstangen machen. Laugenstangen haben wir noch, aber jetzt haben wir den Käse, wie ihr gerade gesehen habt, und Speck. Und da machen wir uns diese Dinger selber. Dann hat die Martha hier Kartoffel-Hähnchensalat mitgenommen. Der war bestimmt auch sehr teuer. 2,49 Euro. 2,49 Euro, komm mal sehr hoch. So, Frischkäse-Zubereitung haben wir hier mitgenommen. Brauchen wir auch für die tolle Sache, die wir hier vorhaben. Aber ich kann's euch noch nicht zeigen, weil ich seh's noch nicht. Apfel-Mark, also... Apfel-Mousse. Genau, Apfel-Mousse, Bio. Auch hier der Kino-Preis war bei dieser Packung... Apfel-Bio. Genau. Äh, günstiger, als wenn man, äh, kleinere Packungen nimmt. Aufpassen, Leute. Ja, aber ihr seid ja nicht doof, weil wer uns folgt, ist schlau. Nicht? Das können wir alles bilden. Nein, war Spaß. Ich bin nicht abgehoben, ich bin immer noch am Boden, so. So, bis ich eine Million Follower habe, dann komm ich mir mal in den Porsche. Nein, ist egal. Ja, Käse, genau. Käse ist diese Woche, na, also nie, genau. Der ist diese Woche, oh, halt, ich muss das hier oben zuhalten. Oder unten zuhalten, ach, nicht egal. Hier, Käse. Äh, ist für 99 Cent 100 Gramm und ich hab ihn für 1,74 Euro. Genau. Dann hier, Trème Brûlée aus dem Retter-Küppelschrank, wie ich ihn ab sofort nenne. Ja, Kostenpunkt, 30 Prozent weniger, 1,32 Euro, Vorsicht, Leonie, das ist Glas. Genau, Vorsicht, Vorsicht, Mama. Frischkäse ist für den Kuchen, gell? Ja. Das ist Glas, oder? Dann hat die Mama, ja, das ist Glas. Dann hat die Mama, ja, das Glas, dann hat die Mama, ja, dann hat die Mama das hier gefunden. Das gibt's, glaube ich, sonst immer nur im Lidl, glaube ich, oder im Aldi. Und für 45 Cent gibt's das nun auch im Kaufland. Und da hat die Martha ein paar mitgenommen, die ihr sehen könnt. Leonie freut sich, einen Pinsel. So, hier, Milch haben wir noch mitgenommen, aber nur drei Stück fürs Wochenende, weil wir müssen nicht so noch mal einkaufen gehen. Und dann fahren wir den Urlaub. Gott sei Dank. So, Zimt. Zimt für, keine Ahnung. Leute, wer's errät, schreibt's in die Kommentare, für was brauchen wir Zimt. Ich weiß wirklich nicht. So, jetzt kommt der schwerste Wolltel überhaupt. Ich hab nie so mehr Wolltel gehabt. Ja, ich weiß, aus dem Rücken tragen, also aus den Knie, nicht aus dem Rücken hier, hab ich jetzt gerade nicht gemacht. Aber ich mach's sonst auch nicht. So, äh, hier haben wir Sweet Tomatoes Erdbeeren. Warum hab ich's immer mit der Farbe? Also, hier gilt, 2,79 Euro diese Schachtel, 400 Gramm beachten, sonst sind ja da 500 drin. Und es gibt eine 900 Gramm Schachtel für 5,99 Euro. Wenn ihr jetzt den Kilopreis umrechnet, würdet ihr auf 30 Cent weniger kommen, wenn ihr die größere Packung nehmt. Aber Martha hat gesagt, die gefallen ja nicht, da ist irgendwas drauf, also haben wir die nicht genommen. Dann gibt's hier, aufpassen, da hat einer so gemacht, da bin ich vorbeigelaufen und hat sie geantwortet, ja, 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 die hat gesagt, nehm ich. Ich sag ja, wenn sie die Lottozahlen vorsagt, dann will ich auch einen. So, deswegen haben wir hier die kleine genommen, da kostet das Stück 2,49 Euro. Das ganze Ding, das ist eine Millimelone, so groß wie mein Schettel. Ja, so, und wenn man ins höhere Regal greift, da kostet das... Ich hab nichts gesehen. Alles gut? Ja, ja. Was passiert? Nichts. Oh, ist die Melode runtergefallen? Ich hab Angst. Habt ihr schon mal Angstgefüllten Mann gesehen? Die ganze Wand. Was für eine Wand? Alter. Wo? Da. Wo denn? Da ist doch nichts. Das ist nur hier. Da ist nichts passiert. Was für eine Wand, die war schon vorher so. Guck mal, weiter machen. Du machst das weg, ja? So, also, Hähnchenkarte, aber das hab ich schon gezeigt. Siehst du, weil ich Angst hab vor Marta, also es ist jetzt hier, wenn es nicht funktioniert. So, Fanta, nein, unser Haus steht schief. Fanta für den Lukas. Und jetzt kommt's. Ich habe entdeckt, ohne Backen. Du willst mir noch Arbeit machen, oder? Ja, ich seh dich gerne auf den Knien. Ja. So, Cookie Duff Cake. Jetzt spreche ich es auch richtig aus. Den muss man nicht backen, ja? Ein bisschen, ein paar Zutaten. Was ist jetzt schon wieder? Jetzt hast du wenigstens aufgeschmissen. Ja, schon super. Guck mal, wie ich das gemacht hab. Genau. Ja, genau in der Mitte. Ja. So, da ist auch noch... Ja, ich hab's schon gesagt. Ja, also Käse. Äh, hier Kuchen. Da muss man nur Margarine, Wasser, Schlagsahne und Frischkäse. Das haben wir alles gekauft. Und dann brauchen wir den nicht backen. So. Morgen kannst du mal noch hier. Strom sparen. Nein. Dann haben wir Bananen mitgenommen. Diesmal habe ich es auch richtig ausgesprochen. Beim ersten Versuch. Das war nicht später. Ja, das mache ich ja immer. Ja, gell? Was machst du? Malen und so. Hä? Ich gehe arbeiten. So. Fettarme Milch. Ja, diesmal für 1,5. Mit 1,5%. Weil die andere gab es nicht. So. Eistee, Lemon. 45 Cent das Stück. Eistee, Lemon. 45 Cent das Stück. Ihr habt kein Déjà-vu. 49 Cent diese. Ich stelle. Dann gibt es das Ganze auch Serro. Also Peach. Also Dings. Keine Beleidigung. Hier, wie heißt das? Eistee mit 40 Geschmack. Aber ohne Zucker. Dann Sanella zum Backen. 1,99. War letztes Mal im Angebot. Aber geht noch nicht. So. Hier ist der Zettel noch. Was ist das? Fanna-Eistee der Grüne. Zitrone mit Kaktusfeige. Man sieht es nicht so richtig. Wasser und Cola. Mit meinem decken Gesicht. Wasser und Cola. Ja, Wasser und Cola für die Martha. Dann brauchen wir immer noch diesen Milch hier. Da fehlt nur das Plus. Ja, macht das Plus weg. Wenn es immer noch nicht weg ist. Nein, das sagt der Dings immer. Äh, ja. Es gibt keine. War ausverkauft. Deswegen haben wir jetzt die genommen. 2 Martha-Kapitim. Was ist denn jetzt schon wieder? Nächste. Ja, hier. Live. Können wir live gehen? Das gibt es doch nicht, oder? Ja. Siehst du, du machst mir nur Arbeit. Hier, genau. Dann haben wir hier Apfel, Kirsch, Zitronen, Nektar. Für 99 Cent. Aber die vordere Flasche sah ein bisschen komisch aus. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme eine von den hinteren. Ne, ehrlich jetzt. Sie war so komisch. Ja, das sah ein bisschen komisch. Ja, vielleicht hat schon einer was getrunken. Dann Zitronen hier. Dann haben wir Mozzarella mitgenommen. Ja. Nochmal eine Milch. 3 Stück insgesamt. Dann gibt es in Verbindung mit der App, gibt es diese Benz Original. Die kostet dann 1,53 Euro statt 1,99 Euro. Komer Preis, ne? Dann haben wir gleich zweimal mitgenommen, weil Martha liebt ja diese Sojasauce. Also da ist Soja drin. Das ist kantonesisch. Falls wir Kantonesen bei uns im Verein haben, dann bitte einmal melden. Dann hier. Gibt es Kantonesen? Keine Ahnung, Schatz, ich habe es nicht so gerne aufs Mal gehört. Ja. Vielleicht habe ich jetzt gerade was gefunden. Ich glaube, die haben das geändert, oder? Den Namen. Heiß ich nicht. Wie ist das nicht letztes Mal Tayaki? Da steht kantonesisch. Ach so, den Namen auf dem Ding. Da stand auch letztes Mal Tayaki drauf. Auch hier vorne, aufpassen. Das ist eine Big Flasche hier, ja? Das ist so dick wie mein Kopf. 2,53 Euro, die kostet ja sonst 3,79 Euro. Also Leute, Schlagzeug. Glaube ich, oder? War das nicht so? Oder gibt es da noch eine Größe? Schreibt es in die Kommentare. Machen wir mal spät Fußball. Ja. Dann sind wir schon soweit fertig. Ihr habt den Unfall live gesehen. Ach nee, die Tüte brauche ich, um das zu hoch und drüben. Ja, egal, ich mache es schlecht. Ja, also nochmal. Ihr habt jetzt knapp 100 Euro gesehen, wie sie einfach so verschwunden sind im Kaufland. Kauflandchef holt sich. Wups, 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 ist weg. Können wir doch nicht in den Urlaub fahren, naja, das waren wir halt hier. Ja. Ja, ähm, wir sehen uns dann am nächsten Woche wieder, wenn wir einen neuen Foto machen. Nein, das war es ja natürlich noch nicht. Ich muss noch vier Tage arbeiten nächste Woche, morgen auch. Und dann geht es in den Urlaub. Ja, wir räumen jetzt alles weg. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Elf Minuten habe ich euch zugequatscht. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, Plus und alles. Und keine Ahnung, ja, schöne Kommentare. Lasst euch alles, über alles Schöne an der Welt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.